Heute ist der Tag der Abreise. Unser letzter Tag am Napali Beach. Noch einmal genießen wir das Frühstück im Restaurant. Die Angestellten des Resorts verabschieden sich herzlich von uns und wir erhalten sogar kleine Geschenke. Nach dem Frühstück tauchen überraschenderweise Lee und Maschwezin bei uns in der Villa auf. Sie haben uns Abschiedsgeschenke mitgebracht. Ich denke, der andere ist vielleicht in der Hand oder vielleicht die andere. Wassermelonen, Papayas und jede Menge andere Sachen. Wir wissen gar nicht, wie wir das alles im Flugzeug transportieren sollen. Lees größeren Sohn schenken wir unseren Wasserball mit dem aufgemalten Globus. Alles in der Staunt, wie groß die Distanz zwischen Myanmar und Österreich ist. Nachdem wir schweren Herzens von Lee und seiner Familie Abschied genommen haben, treffen wir gegen 11 Uhr am Flughafen Sandway ein. Eigentlich sollten wir um 12.20 Uhr abheben, aber es gibt noch keine Spur eines Flugzeuges zu sehen. Air Bagan und KBZ sind alle pünktlich gestartet. Nur von Air Mandalay fehlt jede Spur. Schließlich werden wir informiert, dass ein Flugzeug der Air Mandalay um 16.30 Uhr in Yangon starten soll, gegen 17.30 Uhr dann hier in Sandway landen soll und dann zuerst nach Sitwe und dann weiter nach Yangon fliegt, falls wir überhaupt Glück haben. Einige wenige Passagiere konnten noch umbuchen, aber dafür 280 Dollar zahlen, das war uns dann doch zu viel. So sitzen wir also erstmal hier fest und haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Zumindest werden wir von Air Mandalay mit Essen und Getränken versorgt. Dies hier ist übrigens eine Maschine von Air Bagan. Sie hat voriges Jahr hier eine Bruchlandung hingelegt. So sitzen wir also hier stundenlang am Flughafen Sandway. Gegen 18 Uhr taucht dann endlich die Maschine von Air Mandalay auf. Ganze acht Passagiere sind übrig geblieben, die sich nun freuen, endlich hier wegzukommen. Unseren Plan, heute in Yangon noch die Schweder Gompagode zu besuchen, können wir natürlich auch vergessen. Es ist weit nach 18 Uhr und wir fliegen zuerst nach Sitwe, dann erst der Rückflug nach Yangon. Wir können aber froh sein, dass wir überhaupt heute noch zurückkommen. Voriges Jahr, als es noch keine Flughafenbeleuchtung gab, wäre das gar nicht mehr möglich gewesen. Wie auch immer, gegen 22 Uhr erreichen wir schlussendlich das Hotel Traders. Als Stammgäste bekommen wir sogar gratis ein Upgrade auf die Traders Club Lounge und haben einen fantastischen Blick auf die Sule Pagode. Auch mit dem Abendessen bei Danny wird es nichts mehr, es hat schon geschlossen. Dafür können wir aber einen jungen Musiker lauschen. Gegen 23 Uhr kommt dann noch Nuhe bei uns im Hotel vorbei, um uns zu verabschieden. Und das, obwohl sie morgen schon um 4 Uhr aufstehen muss. Wir schenken ihr noch unser Handy und dann heißt es, Abschied nehmen. Heute werden wir alle ein wenig traurig ins Bett gehen. Aber nächstes Jahr werden wir uns wiedersehen.